Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Mit dabei wieder der Skrull und wir sind Defender, okay? Ja. Ich gehe jetzt mal Snipern. Wir haben Bastion, wir haben Ding. Ach komm, dann spielen wir mal hier ein bisschen was Konstrukteurmäßiges. Nicht nach unten. So, dann schauen wir mal. Ich habe Torbjörn relativ wenig gespielt. Ich finde den irgendwie nicht so cool. Ach, du hast Torbjörn? Ja, ich bin Torbjörn. Obwohl Torbjörn ja eigentlich ein relativ starker Charakter ist im Defen. Ja, solange das Turret steht und stehen bleibt. Ja, obwohl die Ulti von ihm macht dann doch auch relativ viel Schaden. Aber auch nur, wenn das Ulti da ist, finde ich. Ja, das ist wohl richtig. Ich habe... Ne, passt. Oder? Oh, ne, doch. Shit. Racer geht schon auf den Spot gleich. Racer geht auf den Spot. Alter, da haben sie mich mal kurz rundlaufen lassen. Ähm, mal spielen wir mit denen, wenn wir woanders irgendwas zu dürfen. Na, komm, hier, zack. Oh, da kommen sie halt auch fortan irgendwie. Das ist nicht cool. Ach, jetzt kommt die Farah. Die ganze Zeit fliegt sie nicht. Und dann, wenn ich mich mal woanders hin verziehe, war, dann kommt der Angriff flogen, die Blöde. Aber man muss aber echt sagen, dass der Spot A um einiges einfacher einzunehmen ist als der Spot B. Das ist korrekt. Der ist viel zu offen, A. Viel zu offen. Ja, A ist halt auch schon eingenommen jetzt. Ja. Alles klar, der Reaper hat mich einfach mal gemacht. Ich finde, ich finde aber auch die, die, den CD an dem Shift von, von der Widow, übel. Ja. Racer ist gerade runter geflogen. Keine Ahnung. Tracer! Ach so, ich habe verstanden, wer ist jetzt gerade. Tracer, ich habe sie nur noch schreien gehört. Aaaaaah! Das ist eure... Ja, genau. Versuch's nochmal, Tracer. Ah, verdammt. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Hast du den Reaper erwischt? Der kommt rechts rum. Ne, der Reaper ist schon tot. Der Reaper hat sich hingeportiert und ich habe Dauerfeuer auf ihn gemacht. Keine Chance wegzukommen. Ja, ein Angriff! What the fuck? Lass mich respawnen. Lass mich respawnen. Links steht ein Genji. Dark, die Tracer ist weg. Oh, look. Alles klar, erst mal wieder aus dem Ding rausgehen. Aus dem Ulti. Das ist eine gute Idee. 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 Oh, die hat schon einer weggeholt. Genji ist weg. Komm, zeig dich, Pharah. Komm. Oh, der schuckt mich durch die Gegend, der Lucio. Ey, das ist nicht mehr feierlich. Rechts rum kommt ein Genji. Ich habe Pharah fast erwischt. Voll weggehauen aus einem Ulti. So. Nice, der Ding hielt mich gerade richtig hart hoch, der Healer. Unser, wie heißt der nochmal, Lucio. Richtig gut. Sonst wäre ich jetzt zweimal gestorben, locker. Der muss mal zu mir kommen. Bin fast tot. So ist schon besser. Reaper, rechte Seite. Direkt neben Reaper aufgebaut. Der hat so ewig gewartet. Okay, das war das. Das hast du davon. Genji, ich finde dich. Das war dumm, da sich aufzubauen und zu warten, bis Pharah mich getötet hat. Egal. Ich habe meine Ultimedia. Damit gibt es RG. Von wo? Alle Seiten. Ich hätte mich nicht so weit nach vorne wagen sollen. Fünf, drei. Bleh. Nehmen wir was anderes. Jetzt. Boom. Boom. Wup, 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 wup. Boom. Da haben sie sich mit dem Falsch angelegt. Turbo Kill mit Bastion. Das macht Bastion jetzt aber auch keine Herausforderung. Wir sind die doch nicht. Das stimmt allerdings. Kommen wieder zwei rechts rum. Reaper fliegt runter. Hat keine Chance, ist tot. Ähm. Pharah. Er ist runtergefallen. Nice. Wie ich nur 45 kriege? Oh, come on. Okay, Pharah kommt von links. Hab sie. Nein! Ach, dieser Affe Luscio. Ich könnte kotzen. Warte, ich war nur geschuckt. Ja. Haha. Ich habe nur nicht gesehen. Aber noch irgendein Ulti hat, äh, Getschi hat noch seinen Ulti verschwindet, glaube ich. Ja, ja, den habe ich dann noch aus der Luft rausgeschossen. Ich weiß nicht, meine Aufnahme ist irgendwie wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig. Ich sitze die ganze Zeit an einem Spot und die Gegner sterben, wenn sie vor mich hinkommen. Oh, oh. Nein, will keep moving. Oh, fuck. Ich habe sie. Da habe ich zu spät reagiert. Ich hätte loslassen müssen. Da hat Egg mit Absicht hatte sie... What? Ich habe sie doch gekillt. Warum? What the f... Ich habe zu lang. Haben die zwei... Äh, die haben zwei. Damn. Jetzt haben sie eine. Ja, ja, ja. Noch haben sie noch gar nichts. Hehehe. Unsere gerechte Strafe war da gerade. Oh, gut. Bring ruhig runter. Hahaha. Ach ja, wie sie alle ankommen. Riechen die mich? Irgendwie gegen Ende geht es immer rund. Dann denkt sich immer mein Rechner, okay, jetzt will ich nicht. Jetzt fängt das Ruckeln wieder an. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Boah, da dreht sie sich um und gibt mir einen One-Hit. Boah, Farrah. 22,5. Mit 5000 verursachtem Schaden. Nein, sie sind. Leben. Ich habe keine Ulti. Ich kann nicht rescuen gerade. Boah. Das war zu knapp. Besonders, dass sie hier schon wieder kommen. Ich gebe euch mal Sicht. Die kommen mit dem Affen. Die wollen es jetzt richtig hart wissen. Farrah ist weg. Der Affe ist weg. Ich kriege Luxo nicht. Luxo hängt immer noch hinten. Hinten drin. Fie, der nicht auch gar nicht stirbt. Der ist schneller hochgeheilt, als ich ihn runterkriege. Da hinten fliegt die Farrah ab. What the fuck? Geht mit dem. Ja, das schaffen wir. 26,5, komm. Das ist mega gute KD. Komm, macht die 26,27 noch voll hier. Ah. Jawohl. Der Wunsten ist noch draufgegangen. Ja. Jawohl. Easy, bester Highlight. Ja, ne, ist klar. Boom. 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 Nice. Boom. 26 Eliminations. Läuft. Epic. Gibt es. Nice. Jawohl. War das jetzt die erste Folge oder die zweite? Die erste Runde oder die zweite? Erste Runde. Die erste Runde, gell? Ich habe mich gerade auch schon gewundert. Von der Zeit her kann es ja auch gar nicht sein. Ah, herzell. 13 zu 7 ist jetzt nicht so dolle. Aber mit Widowmaker besser geworden. In manchen Engen. Das ist nur die Frage, was spiele ich jetzt? Ja, deshalb habe ich gerade gemacht. Ja. DG Noob Bastion Autoclick Noob Learn the Bastion. Nude. Vor allen Dingen mit D. Learn the Bastion. Oh Gott. Das kann man doch gar nicht ernst nehmen. Oh, erstmal die Schreiber in Caps. Hm, ey, was nehme ich denn jetzt? Ach komm, wir nehmen eine Tracer. Wird so jetzt. So, wie war das nochmal? Das ist der nach vorne. E ist Zeit zurücksetzen, ne? Ja, E ist zurücksetzen. Das macht der Mann Kroh noch mal. Aber ich probiere jetzt mal Lucio aus. Lucio ist gar nicht schlecht. Aber du musst wirklich die ganze Zeit mit deinem Team kuscheln. Hattet ich das Gefühl. Ja, Lucio eben hat uns einfach so fertig gemacht. Ja, wir werden hier einfach durch, hätte ich gesagt. Ich gebe nämlich alle so einen Wust. Ich bin mal drauf. Ja, mach nur. Er portet sich dahin und ist schon halbtot, bevor er was machen kann. Hast gesehen, der Typ, der mich als Luke bezeichnet hat, spielt jetzt selber Dinge und hat einfach mal richtig hart versagt. Ja, der stand oben, hat gewartet und ist dann halt hart aufgegangen. Aber jetzt treu ich ihn ein bisschen. Ich hab Ulti. Oh, der hat auch Ulti. Aua. Okay, hab ich. Ich hab ihn gebildet. Nice. Rechts kommt ein McCree. Güte, liebe Mann hier. Boom. Was macht mein Coo nochmal? Mal so. Keine Ahnung. War ne Granate. Oder sowas. Achso, dein Ulti. Warte mal, das war, ähm, stimmt, das ist so ne fette Haftbombe. Wenn die irgendwo dranhäuft. Ich hab die noch gesch... Okay. Dann machst du echt viel Schaden. Ja, scheinbar nicht. Hab ich sie nicht richtig eingesetzt, zumindest. Du musst halt treffen. Die muss halt an einem Gegner haften bleiben, weil dann ist er sofort tot eigentlich. Egal welcher... Ich hab sie mitten in drei Gegner reingeschmissen. Es ist keiner gestorben. Der Kleiner stirbt da dann instant dran. Die cap'n halt hardest. Ja klar, guck dir mal, Danny, ihr Characters gerade an. Zweimal Bastion. Einmal Torbjörn. Und wir sind trotzdem auf dem Punkt. Ja, richtig. Ich hab Junkrat. Ach! Ach, das ist ein Reaper. Das ist gar kein McCree. Nee, der hat sich verkleidet als McCree. Ja, da kam ich nicht weg. Da kam ich nicht mehr auf die Idee, eh zu drücken. Oder sonst irgendwas. Ab geht's! Oh, den hol ich mir jetzt. Der fassende Rete, der geht's rum. Wir haben nen Geschütze oben drauf stehen. Wir müssen aufpassen. Ach komm, durch die Wand hat er mich getötet, der scheiß Reaper. Jetzt wird's Zeit, was zu spielen, was deine Haut auf die Nerven gehen wird. Oh, guck mal, wir sind echt Waldschäme. Wie sich Bastion sofort verzogen hat. In seine Heilzone. Bastion tot. Da kommt der nächste Bastion. Ah, ne, der ist tot. Ich bin Onspot. Ja, GG. Ich hab noch Torbjörn in der Endzonen-Szene gekillt. Nice. Der hat das noch nötig. Ja, das war die Ulti. Ja, das war die Ulti am Spot. Ja, da hat er bald auch echt alle weggeholt, fast. Ja, ja. Vier, glaub ich, oder? Ja, aber den letzten dann auch. Nee, doch nicht. Healer. Healer ist immer MVP. Ah, danke, danke. So, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende der Runde. Ja. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Den Link zu Scroll oder auch mir findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht. Tschüss.